In dem Netzwerk von Abhängigkeiten des Menschen befindet sich auch unser Essen. Mit dem Essen, was wir zu uns nehmen, verhält es sich ähnlich wie mit den Süchten. Im Vergleich zum Essen könnte man sagen, dass das Aufhören mit dem Rauchen oder Trinken sehr einfach ist. Versuche mal aufzuhören, das zu essen, an das du gewöhnt bist. Das kann viel schwieriger erscheinen, was ist der Kredit beim Essen, den wir zahlen? Nimm einen einfachen Hamburger. Wenn man die gesamte Produktionskette dieses bescheidenen Essens verfolgt, sieht man Maschinen, Traktoren und all diese Technik, die verwendet wurde, um das Feld zu bearbeiten, die Samen zu säen, danach zu ernten, daraus Mehl herzustellen, Brot zu backen. So ziemlich unsere gesamte Gesellschaft arbeitet für dieses bescheidene Sandwich. Wohin geht die freie Energie, die von den Menschen produziert wird? Nicht die mechanische Energie, die für körperliche Arbeit aufgewendet wird, sondern die freie Energie, die die Pendel absorbieren. Du hast dein Produkt, das Sandwich, gegessen. Wohin ging diese Energie, die in es investiert wurde. Du hast einen Kredit bekommen, aber du musst ihn kurzfristig zurückzahlen. Der Komfort, das Sättigungsgefühl weicht den Folgen Bauchschmerzen und Müdigkeit. Das sind die ersten Anzeichen dafür, dass du Zinsen zahlst. Du zahlst diese Zinsen überall und immer. Je mehr synthetische Nahrung du konsumierst, desto mehr Zinsen musst du zahlen. Du zahlst mit deiner freien Energie. Vergleiche Großmutters Borsch aus natürlichen Zutaten, natürliche Nahrung, die praktisch Natur ist, mit Fast Food. Hier waren keine Pendel mit negativer Energie an ihrer Herstellung beteiligt, im Gegensatz zu synthetischer Nahrung. Es geht um Produkte, die dir deine Energie rauben. Erinnere dich an das Märchen von Sinbad, dem Seefahrer, als die Reisenden an ein Ufer kamen, wo sie sehr freundlich empfangen wurden. Sie wurden mit leckerem Essen bewirtet und so einige Wochen gefüttert, bis unsere Gäste im wahrsten Sinne des Wortes halb zu Tieren wurden. Sinbad sah, was passierte. Sie wurden mit Nahrung gemästet, die das Bewusstsein trübt. Heutzutage ist das keine Geschichte. Vor 30 Jahren waren Amerika und Europa Länder, die auf Bio-Lebensmittel und natürliche Produkte fixiert waren. Jetzt sind es Nationen, die unter Fettleibigkeit, chronischer Müdigkeit, Stress leiden. Es passiert etwas Schreckliches, das sehr subtil und unverständlich ist. Die Leute essen einfach Fast Food, trinken synthetische Getränke und werden aus der Freiheit ihrer Energie unter die Matrix gedrängt. Sie werden zu Zellen einer Struktur. Eine Zelle soll sich verhalten wie ein Rädchen. Ruhig sitzen und sich nicht bewegen wie alle anderen seien. Tu, was ich tue und denke nicht einmal an deine Individualität. Strebe nach den Idealen, die dir täglich von den Bildschirmen und Fernsehern vorgeführt werden. Fühlst du nicht, dass dir fremde Ideale aufgedrängt werden, die dir im Grunde fremd sind? Die destruktive Rolle der Pendel besteht darin, die Menschen in eine gemeinsame Linie zu zwingen und sie als Einheit marschieren zu lassen. Die höchste Zielsetzung angeblich ist es, an die Spitze dieser Linie zu gelangen, wo die Erfolgreichen stehen, die wir auf Bildschirmen und Fernsehern sehen. Um in diese vorderen Reihen zu gelangen, musst du enorm viel Energie aufwenden. Du musst kämpfen und dich durchsetzen. Die Systeme zwingen dich, falsche Werte aufzunehmen. Die wahren Werte, das wahre Schicksal des Menschen, ist es, aus dieser Linie auszutreten und seinen eigenen Weg zu gehen. Wie schaffst du das, wenn du gegen die Pendel ankämpfst? Du kannst nicht gegen sie gewinnen. Du kannst sie nicht besiegen, indem du um deine Freiheit kämpfst. Du musst dich von diesem Kampf, von dem Streben nach einem Platz unter der Sonne und von einem Kampf gegen die Pendel lossagen. Wenn du absichtlich aus der Linie trittst und deinen eigenen Weg gehst, schaffst du es, unsichtbar zu werden. Sie sehen dich, solange du Energie abgibst und kämpfst, um deinen Platz zu behaupten. Aber wenn du ruhig aus der Linie austrittst und deinen eigenen Weg gehst, werden sie dich nicht sehen können. Alles Bewusste im Geist des Menschen geht zum Verstand und alles Unterbewusste zur Seele. Was bekommen wir, B, einen Neugeborenen? Ein leeres Blatt Papier, auf dem die Muster, Vorlagen und Stereotypen während seines Wachstums und seiner Entwicklung aufgetragen werden, die von der Gesellschaft stammen. In der Gesellschaft tritt die Seele des Menschen in den Hintergrund. Man hört sie nicht. Das bedeutet, dass deine Herzstimme durch deine Vorahnungen, vage Ahnungen, Anziehung oder im Gegenteil, Ablehnung von etwas, vom Verstand des Menschen überwältigt werden. Der Verstand des Menschen ist ganz und gar von den Pendeln eingenommen. Daher hört der Mensch seine Herzstimme kaum. Es ist sehr schwer für ihn, seinen Weg zu finden und zu erforschen, wozu seine Seele wirklich strebt. Sein Gehirn, seine Seele sind buchstäblich von Werten vernebelt, die durch alle Informationskanäle verbreitet werden. Es ist, als ob der Mensch in zwei Hälften zerrissen wäre. Eine Tiefe und eine oberflächliche. Eine kommt aus der Tiefe der Jahrtausenden. Irgendwo aus dem Weltraum. Die andere ist ganz und gar von den Pendeln beherrscht. Der Verstand hört nur seine eigene Stimme und die Stimme der Pendel. Die Stimme der Seele hört er praktisch nicht. Diese Frage, was die Seele ist, beschäftigt große Denker seit Jahrtausenden. Ich denke, die Antwort auf diese Frage kann nur auf eine Weise gegeben werden. Wenn du für einen Moment versuchst, den inneren Dialog in deinen Gedanken zu stoppen, tritt Stille ein. Die Stille der Ewigkeit. Diese Stille der Ewigkeit ist die Antwort auf die Frage, was die Seele ist. Um das Bild etwas zu klären, kehren wir zurück zu Träumen und den Raum der Möglichkeiten. Ich habe bereits erwähnt, dass im Raum der Möglichkeiten alle Szenarien und Dekorationen unserer Realität gespeichert sind. Es ist der metaphysische Prototyp unserer Realität. Dort sind Gebäude, Straßen, Autos, alle materiellen Objekte, die wir um uns herum sehen. Sie sind die Dekorationen. Die Szenarien sind im Grunde der Ablauf der Ereignisse, der von Rahmen zu Rahmen auf einer Filmrolle realisiert wird. Aber in Träumen treffen wir nicht nur auf Dekorationen, sondern auch auf Menschen. Wer sind diese Charaktere? Woher kommen sie? Was tun sie dort überhaupt? Wenn du jemals in einem Traum aufgewacht bist, das heißt, realisiert hast, dass es ein Traum ist, versuche dieses interessante Experiment. Frage eine der Personen oder mehrere, ob sie wissen, dass du träumst. Was denkst du? Wie werden sie antworten? Sie werden nichts sagen können, weil sie den Sinn deiner Frage nicht verstehen werden. Diese Charaktere sind nichts anderes als Puppen oder Cyborgs. Sie unterscheiden sich von dir nur dadurch, dass du Bewusstsein und Seele hast. Aber diese Charaktere, die du in Träumen siehst, haben keine Seele und kein Bewusstsein. Sie gehorchen wie Zombies, dem auf der Filmrolle aufgezeichneten Szenario, und handeln entsprechend. Es gibt eine große Gruppe von Menschen auf der Erde, die sich gezielt mit luziden Träumen beschäftigen. Das bedeutet, dass es eine bestimmte Technik gibt, um im Traum aufzuwachen. Wenn du im Traum aufwachst, das heißt, realisiert hast, dass es ein Traum ist, kannst du den Verlauf dieses Traums kontrollieren. Du kannst zum Beispiel fliegen, wohin du willst. Wenn dich jemand angreift, kannst du ihn durch den Willensimpuls in ein Frosch verwandeln. Doch diese Gewohnheit, der Achtsamkeit zu entwickeln, ist schwerer, als es erscheint. Ein Ansatz, um bewusster zu werden, könnte sein, sich eine Art Anker für diese Achtsamkeit zu setzen. Zum Beispiel könntest du dir einen Ring kaufen. Jedes Mal, wenn du diesen Ring spürst oder ihn bemerkst, könntest du es als Erinnerung nutzen, um dich zu fragen, bin ich wach oder träume ich? Und bewusst zu werden, was um dich herum passiert. Die Menschen um dich herum könnten größtenteils im Traum gefangen sein, während du dich in der Rolle des beobachtenden Spielers befindest. Das gibt dir einen Vorteil, da du die Essenz der Dinge erkennst und beginnst, die Motivationen der Menschen zu verstehen. Du könntest die gesamte Situation besser verstehen und gleichzeitig eine solche Gewohnheit der Achtsamkeit entwickeln. Das ist jedoch eine anspruchsvolle Fähigkeit, die Zeit und Übung erfordert. Wie wäre es, wenn du dir als nächsten Schritt eine konkrete Situation vorstellst, in der du diese Achtsamkeit anwenden könntest? Durch positive Gewohnheiten, wie die Gewohnheit, auf die Gefühle deiner Seele und deines Herzens zu achten, gewinnst du einen weiteren Vorteil. Die Seele denkt im Allgemeinen nicht nach. Sie weiß nur entweder. Sie sagt ja oder nein. Entweder ihr gefällt etwas oder nicht. Sie kann etwas akzeptieren oder auch nicht. Höre auf deine Seelengefühle, wenn du eine Entscheidung treffen musst oder vor einer Wahl stehst. Wenn dein Verstand eine Entscheidung in deinen Gedanken akzeptiert hat, beobachte deine Gefühle. Was sagt dein Herz? Wenn es sich bedrückt anfühlt, bedeutet das nein. Wenn es ruhig oder glücklich ist, bedeutet das ja. Basierend darauf, was dein Herz, deine Seele sagt, kannst du deine Entscheidung ändern. Die Seele irrt sich in ihren Gefühlen im Allgemeinen nicht. Das wird dich vor vielen Unannehmlichkeiten, vielen falschen Handlungen bewahren und dir helfen, viele Probleme zu vermeiden, deren Ursprung unklar bleibt. Letztendlich wird die Fähigkeit, auf die Stimme deines Herzens zu hören, dir ermöglichen, genau deinen Weg zu finden. Den Weg, den du gehen wirst, wenn du aus dem Allgemeinen Schema aussteigst. Achte darauf. Wenn du dir ein Ziel setzt, eine Vision für dich selbst schaffst. Was fühlst du dabei? Der Verstand wird dir überzeugend und lebhaft alle Vorteile des gewählten Ziels erklären. Aber achte auf das, was du dabei fühlst, wenn du dich in die Rolle des Helden versetzt, den du werden willst. Stelle dir vor, dein Traum ist wahr geworden. Wie fühlst du dich dabei? Dieses Gefühl des seelischen Komforts ist ein Maßstab für die Treue zu dem gewählten Ziel. Ich wünsche dir noch ein erfolgreiches und sinnvolles Leben. Bis zum nächsten Mal.